Wenn die Spinne fängt seine Fliegen im Netz, ich kann sie auch außerhalb. Mutantenspinne, aktiviert! Ähm, ja geil! Oh, das ist der Champion-Vistolar, das ist der mit den Bomben. Ja, geil. Sehr geil, sehr geil. Äh, hier haben wir noch einen Champion-Gesell. Der ist aber mehr Geseller als Champion. Die anderen zwei machen wir mehr Probleme. So, kommen wir schon. So, Münze! Nein! Nein, erstens keinen Schlüssel und zweitens, das war ein Schlüssel, auch nicht wirklich wert. Okay. Okay. Alles klar. So. Gut, er kann hinterher aufs Spruch. Ja, little chat, die Sprache auf jeden Fall. Oh ja, jetzt kommt das Wichtigste beim Book of Shadows. Ich gehe das, aber gehe das noch, dass wir... Per-fekt, 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 per-fekt. Und zwar, bekomme ich jetzt nicht nur Geld. Hallo. The Game Guild heißt, ich peed in the basement. Das ist, äh, für den Arcade. Besuch, wenn man auf den Arcade geht. Oh! Das ist, äh, doof. Das ist super doof. Ähm. Wait. Justice City. Was bin ich jetzt? Das hier ist sowas von perfekt. Ja, ich kann noch mal. Ich kann sogar noch einmal. Mindestens. Das war geil. Jetzt bräuchte ich noch einen Schlüssel. Jetzt bräuchte ich noch einen Schlüssel. Ich bräuchte einen Schlüssel. Hallo. Schlüssel? Ich glaube, der versteht dich ganz, dass ich Schlüsse brauche. Dein Schlüssel ist aber echt cool. Also, schon Schlüssel. So, hier nochmal und hier nochmal. So, keine Schlüssel mehr. Dann hole ich mein Geld wieder. Mit Geld zurück garantiert. So, jetzt müssen wir da ganz nach oben latschen. Das ist der Sinn vom Book of Shadows. Eine Blutbank ausrauben. Also, meiner Meinung nach, ist das der Sinn. Natürlich, man ist unverwundbar zu dem Zeitpunkt. Ähm, entweder die Blutbank ausrauben. Oder, keine Ahnung. Das kann man sich im Prinzip aussuchen. Wir haben hier Steam Sale, würde ich mir für das erste Mal mit. Wer weiß, was noch kommt. Ähm. So, der ganz weite Weg, also eigentlich schon sonst. Der Book of Shadows wird am liebsten aufladen gehen. Das ist der Sinn. Das macht aber jetzt auch nicht den Unterschied. Ähm. Weil ich denke, so viele Räume sind hier rechts nicht mehr. Ja. Ich denke, wir machen ganz normal weiter. Jetzt erstmal hier mit dem netten Gegner. Schau. So. Netz wurde jetzt relativ. Bam. Super. Super Sache. Hat sich, äh, Mörderwinde im Grund. So. Ich setz meinen Angriff und ich bin zufrieden. Po. Ja. Chup hat gegen eine Spinne also keine Chance. Ja jetzt wissen wir es. Worm gegen Spinne. Worm gegen Spinne. Wenn er gewinnt. Mit den Kantenspinne. Und wir haben... Unsere Stammzellen. Jetzt hätte ich gern Devil Room. Aber nööööööö. Kane muss wieder Ohnmüll klarkommen. Sicherste? De Deaths. Was bekommen wir hier? Kacke? Nein, an der Verrücker! Schön! Nein! Geil! Das war... So, ich war gerade wieder sehr still. Es tut mir echt leid, Leute. Dam, 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 dam. Ich hätte gerne meinen Schlüssel. Am besten zwei. Keinen Kompass, einen Schlüssel oder zwei. Ich möchte mich nicht noch einmal wiederholen. Den Kompass, da überlege ich es mir noch, ob ich den hole. Vielleicht könnten wir da unter anderem in einen Secret Room. Oder in einem anderen Arcade, obwohl, den finde ich mir auch so. So. Ähm... Das ist... Geil! Ich habe nichts zu sagen. Telepill! Jo! Ich weiß nicht, wer es mir gebracht hat, ist halt die Frage. Aber hier würde ich gerne eine Bombe platzieren. Komm, da da her. Ja. Geil! Tja! So! So! Ne, eine Kiste oder Skatron. Andere Kiste oder Skatron. Und kein Schlüssel! Geil! Was ist... Können wir den plündern? Tatsächlich! Bad Gas, ja, so von mir aus. Und Magneto, wir haben Magneto! Ja, kaum übertrieben von mir, ich weiß. Aber hey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Moblito! Geil! Komm, stirb! Stirb, du Hundwest! Bad Gas! So! Das klappt doch alles. Mehr oder weniger. Und hier wäre der Bossraum. Und ich habe immer noch keinen Schlüssel. Mano! Manö, Manö, Manö! Hier haben wir... ...einen rosa Kumpel. Das ist, äh, der Champion... ...der Stellvertreter aus Gayland. Hallo! ...einen rosa Kumpel. ...einen rosa Kumpel. Nein, keine schwulen Witze. Das wäre ja... ...nicht, dass das so rüberkommt, dass wir durch Schwule hassen es. Das wäre gemein! Das gebe ich zu, das wäre gemein. Niemand soll ausgeschlossen werden. Außer laut Zugoni. Sinn will keiner. Woaaaaaah, krasser Spruch, mein. Nur Spaß! Da hat wahrscheinlich eh nicht hingehört, da hat sich der zu laut Musik gehört. So. Klinge mir ein Video vielleicht mal an. Oh, ich will ja nett sein. Ich mach nur Spaß. Weil Geld. Ja, ich mach, äh, Spaß auf andere Kosten. Ich bekomm mein Geld. Mache Spaß über andere. So sieht's aus. Ja, komm schon. Und! Ich bekomm's davon geschennt. ...a- ...teh! Taheh-deh-deh-deh-deh. Tah-heh! Taheh-deh-deh-deh! Pils hier. Range up. Was haben wir hier noch? Cookie fly. Come to me. Da denkt man sich, oh ich hol alles mit, damit ich auf jeden Fall irgendwo rein kann und ich bekomme einfach keine Schlüssel. Ich bekomme sie einfach nicht, das ist... Ich will auch nicht wirklich zocken. Darauf läuft sie mich hinaus. Das ist mein Problem. Okay, ich werde jetzt da den Kompass holen, um in einen Secret Room zu kommen. Dann hat der Secret Room hoffentlich... ...